Da sind wir schon wieder bei New Super Mario Brothers Was weiß ich? Wii! Das ist irgendwas falsch wie die Konsole hier heißt auf die wir spielen I don't give a shit Lauf Luigi, lauf! Nicht so schnell Scheiße! Du musst mir auch alles in Garten machen Man schafft es aber auch gar nicht, ne ich bin durchgekommen Aber es hat mich noch so eine Staffel an der Seite erwischt Durch Mach doch stärken! Dann liegen wir da doch ewig fest Ja, das erinnert ja nicht daran, dass wir klein sind Der Stern Da bleiben wir ja klein, das ist ja trotzdem krass Und ein bisschen rumpa-wumpa Lauf vor Ok, und jetzt lauf weiter Auf jeden Fall Ich will aber erst das hier haben Aber wegen dir, ey! Warte doch bis das hoch fährt hier Ja wegen dir! Wieso? Wenn wir als altem einsamen sagen, dann stoppt der immer ein bisschen Weißt du? So Oh, scheiße Jetzt muss sie um mich keine Sorgen mehr machen, denn ich bin tot Toll! Wie viel der Neustart? Wer mehr denn? Warte wirbel! Alle guten Dinge sind 22 Alter Schwede, bist du schlecht Ist das mein Spiel oder dein Spiel? Und wer tötet mich denn immer? Weil er mich irgendwo reinrennen lässt Oder runter springt Oder auch mich drauf springt Das kann ich sein! Oder mich mit Feuerbällen bewirbst Und dass mein Seilblase platzt und ich in den Akku stürze Kann gar nicht sein Davon träumst du auch Aua! Jetzt mach endlich die Scheiße da! Ok, hab ich! Jetzt lauf weiter! Bevor ich komme Lauf weiter! Ich will nicht dazwischen rauskommen Den lass ich einfach mal für dich Ich kann mit dem nichts machen Ich soll den gar nicht hochheben Dann müssen wir jetzt die Säule abmachen, Mario Mach! Luigi rettet die Welt! Und da! Geh stehen bleiben! Ja! Lauf einfach weiter! Ich folge dir! Ne, da unten ist dann so eine Röhre Wahnsinn, das Monsterteiler Du kannst doch da stehen Ich versteck mich erstmal hier Ich komm ja automatisch nach Ja! Komm zu Wenn du irgendwo reingehst Geh runter von mir! Kann ich nicht! Mach so'n Spaß! Ach f*** Ich bleib einfach da stehen Ja, genau das hatte ich auch vor Ich bin klein Ich kann nicht viel mehr Scheiße, die Wolken von mir immer wieder Ja klar Los! Los! Weiterspringen noch! Und ich sag noch spring weiter Spring weiter! Spring weiter! Ich halte den Rückzugsort frei Ja, schon rüber! Komm hinterher! Ja, mach ich hier! Ja, automatisch! Ja! Ich glaube, ich streng mich auch noch an! Ah! Genau das passiert, wenn ich mich anstrenge! Ja! 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 Ich hab Angst! Toll! Und da war mein Pilz! Ja! Jetzt haben wir aber alle Münzen! Ja! Jetzt nur niemand drauf geht! Schau hier stehen bleiben! Du hier stehen bleiben! Du ducken! Oh! Muss ich gar nicht! Nee! Ich bin klein! Laufen! Laufen! Haha! Ah fuck! Jetzt muss ich auch nicht mehr ducken! Au! Lauf weiter! Scheiße! Oh, ich muss nicht weitergelaufen! Ich glaub, der wäre sicher! Und dahinter der Boss, da ist es übel schwer. Sicher oder machst du nur wieder eine Aufschreiung? Nein, das ist da bis auf dem Fahrstuhl. Was? Fahrstuhl? Ja, die fahren da immer so nach oben die Teile. Der ist schon hart, der Bus. Wir sind ja auch schon im siebten Welt. Das ist doch der letzte, ne? Ach, der ist doch auch die letzte. Und dann gibt es doch noch die neunte. Ich dachte, der achte sei immer die letzte. Ja, aber ich krieg da noch ein Zusatz, weil wir machen es 100%. Lauf weiter, ich kann mich nicht bewegen. Schön. Lauf weiter, lauf weiter, ich folge dir. Ah, du wirfst mich nicht werfen, nicht werfen, nicht werfen. Okay, jetzt. Lauf, 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 lauf. Toll. Das war ja hilfreich. Das war ja hilfreich. Ja, ich hab's nicht schon Röhre geschafft. Los. Schreibt doch mal jetzt in die Kommentare, wie schätzt ihr, wie lange werden wir noch brauchen, bis wir endlich durch diesen Scheiß-Boss, der jetzt durch sind hier. Diese Scheiß-Burch. Fresse halten. Und mal diese Nachbarhunde hier. Ah, so. Ja. Pilz. Eisbübel, ich find die viel besser. Ja, weil sie auf zwei Schläge aushält. Ich komm noch nicht mal auf den Fettsack rauf. Zack. Lauf einfach. Lauf einfach. Ich komm schon klar. Nein, ich will mich wieder hochheben. Lauf einfach weiter. Ach, ich hab's nicht geschafft. Wer hat da einfach hier stehen? Musst du denn da hinten hängen rein? Ja, stimmt auch wieder. Schau, dass man sich hier nicht so durchducken kann durch die Station, sondern da runterfällt. Wie bei Mario. Ja. Was war das? Vorsicht. So, Smash Bros. meine ich. Wir sind bei Mario. New Super Mario 1 3. Ja, und wer macht bei Smash Bros. mit? Mario und Luigi und Super Peach. Und äh... Halt, halt, lass mich da stehen. Ich bin zur Reserve, falls du in die Blase musst. Dankeschön. Scheiße. Geschieht dir recht. Ja, geschieht mir recht. Du wolltest mich als Ablenkung benutzen, damit der Stachel auf mich angreift. So, jetzt sag, warte mal mich reinnehmen. Ja, ja, sammle die Münze ein. Jetzt hast aber deinen Pilz nicht. Oh, eh nicht. Ich sterb sowieso ständig. Ja, stimmt. Du hast schon immer wieder recht. Hoch mit dir. Lauf weiter. Ich folge dir. Lauf! Lauf, Schlampe! Lauf! Warte, gefälligst! Warte! 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 Ich bin auch Eisblume. Du musst hier aber auch ducken. Oh, jetzt müssen wir rennen, ne? Muss ich aber auch ducken. Ja, ja. Warte! Ich war ja den Hintern rasiert. Alter! Du doch weiter, du Arsch! Was? Unfähiger! Warte! Gefälliger! Gefällig bin ich aus der Blase raus, sonst stirbst du nicht sofort. Scheiße, hier gibt's noch was im Alten. Oh, der ist hart, der Boss. Okay. Dann zieh mal zu. Ich warte. Nein, du musst auch helfen. Jetzt sind wir in so einem Fahrstuhl. Willkommen, Mr. Mario. Ach, Ludwig. Kenn ich sogar. Kenn ich sogar, wie er heißt. Weil ich den ganz gerne als Variante von Borja Jr. benutze. Oh, Scheiße. Die Ahnung schreck ich jetzt. Scheiße. Okay, jetzt mach weiter. Ich hab ihn abgelenkt. Ach so, der Chance ist nur da drauf gesehen. Das sind natürlich Vorteile. Gutes Helferchen. Hast du gut gemacht? Mhm. Du hast es ja nicht geschafft. Dann hätten wir auch gleich von oben reingucken können. Ja klar, aber hätten wir ohne die drei Münzen. Ja gut, wir zahlen ja 100 Prozent. Deswegen ja. Nur für euch bin ich extra dreimal gestorben, meine Nebenabonnenten. oder tun wir. Ich hab mit. Ich hab mich gar nichtgefunden. Natürlich gar nicht. Ich hab dann noch eine Achte Welt und eine Neunte. Ich hab das noch eine Zehnte, eine Elbte, eine Zwölfte. Meisterhand! Was? Immerhin sind wir jetzt aus der Wolkenwelt raus. Wir haben alle sterben uns in der siebten Welt. Lava! Wer kommt jetzt? Kamek! Kamek kommt als Gegner. Wie soll man denn auf die Draug springen? Die fliegt doch. Extra in Leifel 23. Ja, dankeschön, dass du mir nochmal sagst. 23. Speichern, ja bitte. Ich habe nämlich den Kack nicht nochmal machen müssen. So, und direkt weiter geht's. Ja, die schaffen wir noch. Ach, eins. Du weißt vor. Oh, da ist was drin bestimmt. Achso, die Lava-Band kommt jetzt. Also müssen wir uns auch ein bisschen beeilen. Ja, bewege dich. Ich habe mich schon bewegt. Ich habe einen Schuh gespart genommen. Was ist das denn? Einen Steinkäfer. Den kann man nicht töten, wenn man raus springt. Doch, kann man. Wie kommt man denn da rüber? Das ist doch viel zu weit. Ja, den kann man halt nur als, so wie ein Koopa halten. Nur, dass du den nicht in die Hand nehmen kannst. Achso, drauf treten meinst du? Ja, klar. Dann versteckt er sich auch in seinem Panzer. Aber du kannst ja nicht in die Hand nehmen wie der Koopa, ne? Ach, Scheiße. Wo bist du? Tot. Ach, das gibt's noch nicht. Bleib mal eben weiter. Scheiße. Ich wollte wenigstens noch... Ach, da stirbt man auch? Ja, klar. Ja, feier Feuerwand. Das war doch keine Feuerwand. Das war doch Rauch. Ja. Da stirbst du. Ah, guck mal her. Wenn der dich... Ja, zehn. Das fallen nachher zehn Anläufe schon. Und du 23. Ja. Wer schubst mich dann ständig in den Tod? Oder sagt mir nicht, was passiert im nächsten Level? Dann lassen wir ihn mal in den Tod steuern. Voll. Die Sachen sind kaputt. Lauf, lauf! Ja, Meteor ist da drauf gefallen. Ja, lauf! Lauf! Lauf Schlampe. Ist mir egal was drauf gefallen ist. Lauf! Lauf weiter. Die fallen hier runter. Ich weiß. Hab ich auch schon bemerkt. Diese Meteorien sind kacke, weil man glaubt sie kommen im Hintergrund runter. Aber dabei sind sie so klein. Ja klar, die kommen ja da runter. Einfach so. Und danach müssen wir den neuen Part anfangen. Mhm. Ich komm nicht dran. Ich bin so klein. Ich bin dann auch so klein wie du. Luigi kann höher springen als Mario, ne? Das schon seit jeher. Scheiße. Ich komm doch nicht drüber. Lauf weiter. Lauf weiter. Verdammt. Verdammt. Lauf weiter. Nicht stehen bleiben. Nicht stehen bleiben. Nicht stehen bleiben. Nicht stehen bleiben. Lauf weiter. Lauf weiter. Lauf weiter. Der Bild scrollt gar nicht so schnell. Ach ja übrigens, ab der neunten Welt gibt's doch keine Check Points mehr, ne? Weißt schon mal Bescheid, ne? Toll. Also in der neunten Welt. Ja. Anorhege gibt's ja nicht mehr. Ja. Anorhege gibt's ja nicht mehr. Auf einmal weiter. Da sind nur Münzen. Münzen sind es nicht wert um stehen zu bleiben. Das schon. Scheiße. 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 Ach fuck. Ich komm weiter. Weiter laufen. Weiter laufen. Was ist das? Brauchen wir das? Ah ne. Glaube ich nicht, oder? Lauf hier. Wegen der Münze. Prima. Dann lauf weiter. Lauf weiter. Wir sind im einfachen Richtung. Ja, lauf, 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 lauf. Wir können ja nicht laufen, wenn die Feuerwand da hoch und oben wird. Ach fuck. Entschuldigung. Ja, ähm. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich komm da nicht rüber. Ich bin zu klein. Fuck. Mann. Dass man scheiß Anlauf braucht immer für die Kacke. Aber immerhin haben wir es schon Trackball geschafft. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Keiter und... Euer Demenster. Ciao.